so was geht der bitte vor hier lange haben wir gesucht nach diesem tiefkühldöner fleisch von lukas podolski und ich habe es jetzt in einem rewe gefunden ich werde es kaufen dann zu hause tun zusammen zubereiten und schauen wirklich schmackstest ob es was bringt ob es wert ist dieses ding zu kaufen so also jetzt haben wir es gefunden bei einem rewe so hieß es auch zu mir habe jetzt beim ersten rewe gleich den volltreffer gehabt geht es auch leise also ich hatte beim ersten rewe zum glück den volltreffer habe es gleich gefunden der preis ok ist es günstiger wie jetzt ein döner an sich wenn du nur fleisch möchtest kannst du aber auch für drei auch fleisch oder für drei euro keine habe ich gekauft hat fleisch kaufen und mit hause nehmen vom dönermann schmeckt auch gut keine produktplatzierung bio limo als ob es gesund wäre egal auf jeden fall ich fahre jetzt nach hause und werde das fleisch zubereiten habe auch noch gleich fladenbrot gekauft das werden wir zu hause knusprig backen und machen wir doch einen geschmackstest was geht freunde auf jeden fall wir sind zu hause hier ist unser kandidat das dönerfleisch haben uns auch gleich beim rewe ein fladenbrot gekauft vielleicht lieber zum türkischen laden gehen hätten wir dort angeholt sind scheiße teuer aber drauf geschissen zu spät auf jeden fall hier ist das produkt das produkt lesen wir jetzt gemeinsam ab schauen uns das an also hier kann man lesen schön original mangal dönerfleisch von lukas bodulski saftiges kalbfleisch hier ist die zubereitung kann man in vier verschiedenen bereichen zubereiten d3 sorry sein ist ja die folie entfernt hier sind die nährwerte da steht wahrscheinlich noch eine kleine geschichte drauf könnt ihr euch anhalten das video stoppen und euch durchlesen hier sehen wir den guten noch jetzt packen wir es noch aus ziehen wir auch gleich die folie ab hier haben wir jetzt gesehen wie es aussieht riechen tut es nach dönerfleisch riecht auch gar nicht mal so schlecht jetzt können wir zur zubereitung und das anbraten in der pfanne machen wir es können auch im backofen machen wie ihr es gerade gesehen habt oder in der mikrowelle aber ich mache es einfach mal in der pfanne so denkt mal wird es am besten schmecken so also meine freunde nehmen wir meine lieblingspfanne die abzugshaube soll angehen wie ihr es kennt also hier so sieht das land gut aus wäre jetzt so zu trocken zu essen wäre mir zu lash deswegen machen wir es früher in vielen dünnern war es weiß nicht traditionell aber was alltäglich dass das flannenbrot noch schön kross getoastet worden ist gibt es mittlerweile nicht mehr warum auch immer bei uns hier in der region ich sage mal im raum stuttgart aber ist ja auch egal ich mache es jetzt so dann ist es wieder schön frisch das machen wir dann gleich danach schön drücken machen wir gleich an ein bisschen öl sollte reichen und dann nehmen wir das dünnerfleisch natürlich einschalten nehmen wir das dünnerfleisch geben es mit rein ich glaube das würde für zwei dünner reichen oder eher für 1-2 Sekunden dünner je nachdem wie viel Fleisch man in seinem dünner haben möchte so ein bisschen Eisbergslat habe ich jetzt noch da und was habe ich noch da ja noch eine Gurke machen wir eine Gurke auch noch rein mir persönlich schmeckt es im dünner eine Gurke warten wir mal bis die Pfanne ein bisschen arbeitet und dann sollen wir das ja ein paar Minuten bei mittlerer Hitze für 2-3 Minuten antraten da ist keine Joghurtsoße da so hier das ist natürlich keine Produktplatzierung aber ich werde das mal hier diese Soße Chipotle Chilisauce äh dafür verwenden um den Dünner ins Flannenbrot reinzuschmieren dass es nicht all zu trocken sein wird weil wir wissen ja nicht wie das Fleisch schmeckt natürlich werden wir das Fleisch auch so probieren wie es geschmacklich sich darstellt und dann wir unseren eigenen Döner sozusagen kreieren so trinken wir wieder unser blaues Blut in der Kaktusfrucht Edition nachdem du den Geruchstest dann riecht auf jeden Fall nach Dönern wie im Dönerladen schau mal Lukas ob du da gute Arbeit geleistet hast weil ich bin Döner-Experte es gibt selten einen Menschen der wo mehr Döner ist als ich weil das Fleisch wahrscheinlich erst fertig sein wird machen wir jetzt auch den Kontaktdriller drücken wir das schön zusammen was ein Traum Red Bull wie immer ah nicht zu viel Salat in den Döner vom Salat schon mit dem Bizeps also Freunde bevor wir den Döner zubereiten habe ich gesagt wir werden das Fleisch natürlich auch so probieren jetzt schauen wir uns an Fleisch an natürlich das ist zu groß an Fleischwurst ja hier doch heftig der Preis ist schon echt teuer aus dem Döner selber aus dem Bisschen Fleisch hier und so zwei Döner draus bisschen Salat, Tomate, Kraut, Sauce wenn du das zu hause saust und das Haus einkraust kannst du sogar vielleicht günstiger wegkommen wenn du die Döner aus dem Dönerladen holst von deinem Dönermann des Vertrauens ich habe es ein bisschen zu groß eingebraten aber egal kann man vielmehr genießen jetzt bereiten wir noch den Döner zu und probieren es als Selfmade Döner da machen wir es wie eine Dönerbude so das wird es ein Döner so wird es ein XXL Döner und hört ihr Freunde wie schön krosst es ist innen musst du es natürlich so langsam aufschneiden dann macht das hier in der Dönerbude so auf aufschneiden und nicht durchschneiden weil sonst geht die Soße raus so haben wir dann eure Döner Tasche und guck mal ich gebe euch einen kleinen schönen feinen Tipp wenn ihr im Dönerladen seid und der das nicht macht von selbst aus mit den Soßen weil es eine Soße ist immer erst aufs Brot die ganze Soße verteilen so schön einreiben mal so ein Ding ist das und dann ist das Brot auf jeden Fall nicht mehr nicht mehr ähm sag es mir nicht mehr trocken dann macht ihr euren das Dönerfleisch hinein ich brauche jetzt nicht hier drauf zu achten weil es sind meine sauberen Hände und das ist mein Döner würde ich das für Gäste oder so machen natürlich mit einer Zange oder sonst was gar keine Frage machen wir ein bisschen Salat rein bisschen Pizza und Burke natürlich könnt ihr euren Döner so billigen wie ihr wollt noch ein bisschen Tomaten rein noch ein bisschen Fleisch oben drauf und dann nochmal heute habe ich keine weiße Joghurtsoße oder kein Tzatziki da ist ja auch egal dann ist das eure Döner wunderschön das Ding wunderschön so also die letzten Male waren wir an meinem PC Tisch um das Essen zu probieren probieren wir hatten auch schon am Küchentisch aber guck mal den Döner so standardgemäß wenn man sich einen Döner holt bekommt man den meistens zum mitnehmen und dann isst man den unterwegs wo man auch in ist oder vielleicht isst man den im Auto keine Ahnung aber den isst man meistens eher im stehen wie im sitzen so standardgemäß eigentlich bei mir jeder ist anders jetzt probieren wir das ganze Ding vor Dolzki Schmack man fühlt sich fast wie im Dönerladen man soll es halt nicht so kross anbraten wie hier ich jetzt gemacht habe bisschen weniger oder macht es sogar in der Mikrowelle oder Backofen wo es nicht so kross werden kann was sonst mit allem Tomate, Gurke und Salat mit allem Tomate, Gurke und Salat muss man dir recht lassen ich glaube du hast auch einen eigenen Dönerladen in Deutschland ich muss glaube mal da vorbei kommen und dann vor Ort deinen frischen Dönerspieß probieren wenn du ihn selbst kreiert hast also meine Freunde das Fazit ist man kann sich's kaufen auf jeden Fall über den Preis kann man sich streiten ob er gerechtzeitig ist oder nicht ab und zu kann man sich's gönnen aber ich bevorzuge ich bevorzuge doch lieber den Döner aus dem Dönerladen von dem Dönermann meines Vertrauens wo ich weiß dort schmeckt es auch sehr gut und ja das soll schon ein Video gewesen sein wenn ich weitere Produkte testen soll lasst mich das in den Kommentaren wissen gib mir ein Abo Liked Disliked Schreibt einen Kommentar was ihr als nächstes testen soll oder wie ihr das Video fandet bis zum nächsten Mal Euer DerbyTV Peace